Thomas Edison Uh, sagt mir, was ihr wisst über Thomas Edison Der war mega genial Edison war nicht mega genial Entschuldige bitte Edison hat zwar den Gleichstrom erfunden, aber es war Nikola Tesla, der den Wechselstrom erfunden hat Edison war eifersüchtig und behauptete, Wechselstrom sei gefährlich und tötete mit dem Wechselstrom einen Elefanten Das ist nicht mega genial, das ist mega gemein